Ja, auch in meinem Strick-Club rum, dass du und Helmut, also ihr zwei, seid öfters an der Coast of Life in Kiel. Ist das wahr? Ist das hart? Jetzt sag mal genau so, du kleine Maite. Ich mach ganz ehrlich hier einen kleinen Table, Clear Table of Life, denn es ist normal, dass die Politiker auch mal gerne in der Coast einen schönen Walkout machen. Ähm, Helmut ist sowieso noch ziemlich frisch im Step, der kleine Splasher, das sieht man ja auch, er ist noch ziemlich fresh und, äh, ja, wir haben zusammen, haben wir eine schöne Zeit, wir gehen zusammen in die Jubi-Bar, saufen Kümmelkorn, wir gehen zusammen zu Vinny, dem kleinen Pawn-Kabinen-Wächser, wir gehen in die... Ach, ihr seid ja richtig ein absolut witziges Pärchen. Man könnte denken, ihr beide seid ziemlich verknallt ineinander, also ihr macht ja alles zusammen. Geh mir nicht auf den Sticker. So, ne kleine Lüschelampe wie du hat nichts zu attacken und gar nicht zu sehen. Und weißt du was, cool, ihr Mann. Wollt ihr dann von Mirror of Life an, na? Dann kannst, dann kannst du, dann kannst du vorbeikommen und mir und Joachim was schön anblown, du kleine Nutte.